Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Bevor es losgeht, habe ich noch ein paar Hinweise für Dich. In der Videobeschreibung habe ich Dir einige Fakten aufgeführt, die, falls Du sie noch nicht kennen solltest, Dir dabei helfen können, Dich noch mehr auf diese Meditation einzulassen und noch mehr Nutzen daraus für Dich zu ziehen. Diese Meditation ist zur Einschlafhilfe komponiert und getextet worden. Sie beinhaltet keine Ausleitung aus der meditativen Entspannung und leitet direkt in einen gesunden, tiefen Schlaf ein. Höre Dir diese Meditation bitte deshalb nicht an, wenn Du Dich in einer Situation befindest, in der Du Deine volle Aufmerksamkeit benötigst. Zum Beispiel beim Autofahren. Am besten ist es, Du hörst sie Dir dazu an, wozu diese Meditation gemacht wurde. Zum ruhigen Einschlafen und Entspannen. Wenn Du es nicht schon bereits getan hast, dann lege Dich jetzt hin und schließe Deine Augen. Bitte nimm jetzt einen tiefen Atemzug und atme ein. Halte die Luft an, aber nur so lange, wie es für Dich angenehm ist. Wenn Du dann das Gefühl hast, dass Du wieder weiteratmen möchtest, atmest Du wieder aus, so wie es für Dich angenehm ist und konzentrierst Dich auf den natürlichen Fluss Deines Atems und das sich in Dir entwickelnde Gefühl, das direkt nach dem Ausatmen entsteht. Sehr gut. Du befindest Dich in einem wunderschönen Strand. Das Wetter ist genau so, wie es Dir gefällt und das Geräusch der Wellen hat eine hypnotische Wirkung auf Dich. Jede Welle hat ihren eigenen Rhythmus. Sie kommt und geht. Schaue den Wellen mit Deinen geschlossenen Augen zu. Du kannst es Dir vorstellen. Höre den Wellen zu, wie sie kommen und gehen und diese weiße Gischt produzieren, wenn sie an den Strand kommen. Atme die frische Seeluft ganz tief in Dich ein. Wie frisch duftend, wie guttuend wäre eine Luft an einem Strand, der genauso ist, wie es Dir gefällt. Könnte man in dieser Seeluft das Salz ganz deutlich riechen und vielleicht auch ein wenig schmecken? Entspanne mehr und mehr, je tiefer Du in diese wunderschöne Vorstellung gehst. Je tiefer Du entspannst, desto freier und wohler fühlst Du Dich an diesem imaginären Ort. Und je freier und wohler Du Dich fühlst, desto tiefer entspannst Du. Dieser Strand, diese Wellen verströmen eine positive Energie, etwas Gutes und Liebevolles, jedes Mal dann, wenn die Wellen kommen und wieder gehen. Du bemerkst, dass über Dir Vögel fliegen und ihre Kreise ziehen. Es sind sehr viele Vögel, die sehr hektisch fliegen und kreisen. Sie sind stellvertretend für Deine restlichen Spannungen in Deinem Körper, die Du bis jetzt, bis zu diesem Punkt, noch gar nicht so bedacht und beachtet hast. Wenn ich es Dir gleich sage, dann gibst Du diesen Vögeln gleich einfach mit dem inneren Wort weg, das Kommando, in alle Himmelsrichtungen wegzufliegen und jegliche restliche Anspannung in Deinem Körper und Deinem Geist einfach mitzunehmen. Und Du wirst dann, wenn ich es Dir gleich sage, noch zehnmal tiefer entspannen, als Du es jetzt schon bist. Bitte gib den Vögeln jetzt das Kommando weg. Sehr gut, die Vögel fliegen und verteilen sich in alle Himmelsrichtungen und jegliche Form von negativen Gedanken und Anspannung nehmen die Vögel damit einfach mit, während Du jetzt zehnmal tiefer sinkst in diesen angenehmen Zustand von absoluter Entspannung und Müdigkeit. So wie der leichte Windhauch an diesem wunderschönen Strand kommt und wieder geht, so kommen und gehen auch Deine Gedanken. Und es ist okay, dass diese Gedanken kommen. Und genauso okay ist es, diese Gedanken wieder gehen zu lassen. Du konzentrierst Dich an diesem wunderschönen Ort nur noch auf die positiven Eindrücke und Gefühle und auf meine Stimme. Nichts anderes ist jetzt noch wichtig. Jedes Geräusch, das Du wahrnimmst, jedes Wort, das ich sage, jede Vorstellung, die Du hast, lässt Dich tiefer entspannen und immer wohler fühlen. Dein Blick wandert über den weiten Horizont über dem Meer. und Du nimmst wahr, wie sich dieser Horizont nun verändert. Bunte, bunte, strahlende Farben, gefüllt mit heilendem Licht, breiten sich aus über den ganzen Horizont bis in den Himmel hinauf. fantastische, bunte Farben, geladen mit positiver Energie, voll von Liebe und Akzeptanz. In sich zirkulierend, pulsierend, strahlen sie pure Liebe aus. Du siehst, wie diese Wellen der Energie sich ganz fern entwickeln, aufbauen und ausbreiten, in alle Richtungen ausstrahlen und jeden Punkt an diesem Ort erreichen. Sie erreichen diesen Strand, an dem Du vollkommen ruhig und zufrieden stehst, sitzt oder liegst. und genießt. Sie sind an Dir, um Dich herum und auch in Dir, wie eine Welle der Liebe, überkommen Dich jetzt energetische Wellen von Liebe und erfüllen Dein ganzes Sein. Dein ganzer Körper, jede Zelle füllt sich mit dieser positiven Energie und Du fühlst Dich einfach nur gut, geliebt und akzeptiert, genauso wie Du bist. Denn genauso wie Du bist, bist Du vollkommen geliebt und akzeptiert, in aller Unperfektheit, in aller Unperfektheit, vollkommen angenommen, in göttlicher Liebe und Akzeptanz. Es gibt so viel mehr in dieser Welt. Es gibt so viel Liebe, die darauf wartet, dass Du sie empfängst. und dieses Gefühl der Geborgenheit und Liebe strömt in Dir so stark, so fest, so positiv und gut, dass ich jetzt für einen Moment schweigen werde und Du diese Liebesenergie in vollem Maße voll und ganz genießen kannst. Ich werde gleich wieder zu Dir sprechen, völlig unwichtig, ob Du mir dann noch zuhörst oder nicht. Lasse vollkommen los und genieße. Genieße diese pure Liebe und Akzeptanz. Genieße diese pure Liebe und Akzeptanz. Genieße diese pure Liebe und Akzeptanz. Konzentriere Dich voll und ganz auf dieses wunderbare Gefühl und verlasse Dich darauf, dass, egal wie tief Du in diese Liebe eintauchst, Du Dich immer wohl dabei fühlst und meine Stimme immer ihre positive Wirkung auf Dich hat. Und deshalb zähle ich gleich von 10 auf 0. Und mit jeder Zahl, die ich rückwärts zähle, singst Du tiefer und intensiver, völlig mühelos und wie von selbst in ein Gefühl von intensiver Entspannung und Müdigkeit. 10 9 Bedingungslose Liebe und Akzeptanz. Du entspannst immer mehr und mehr. 10 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 22 24 23 24 25 25 25 6 5 Erlaube deinem Bewusstsein zu schlafen, in völliger Gewissheit, dass dein Unterbewusstsein all jene Dinge für dich regelt, von denen du dachtest, dass du sie bewusst regeln müsstest. Erlaube dir zu schlafen und loszulassen, immer mehr und mehr. 4 3 3 Lasse los. Es gibt jetzt nichts mehr für dich zu tun. Diese Zeit ist nur für dich. 2 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 9 10 15 10 0 Deine körperliche Entspannung wird jetzt zu deiner geistigen Entspannung, sodass du 20 Mal tiefer sinkst. Und jetzt ganz einfach tiefer und tiefer in den Schlaf sinken kannst. Du fühlst dich vollkommen wohl und meine Stimme verlässt dich jetzt, weil du in der Lage bist, voll und ganz zu entspannen und zu schlafen. Diese Melodie wird dir dabei helfen und dich begleiten. Bis bald! 22 23 24 20 21 2021 20 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020